Rennen in Kiara Bermes, Postsport-Fallenge, Diana Müller, die ist verschieden, und dieser Schatz, SV Landmann, Clara Iversen-Peters, SV Feingen, Leonie Pflung, TSG Barlingen, Larissa Staudmeyer, SV Ruhlmacht 1440, Lisa, LKV, Benzheim, Laura Giesler, natürlich für den selben Verein, und Katharina Groß, LGV-Text, Nord Schwarzwald, insgesamt 16 Läuferinnen und Läufer, die unterwegs sind, und wie sieht es aus hier mit der Anfeuerung von außen, die 468 Stefan Wülfdorf vom TSV Schmieden, dahinter Michael Schiefer vom Postsportverein Trier. Dann kommt schon die erste Dame hier im Feld. der Mann Lülsdorf, Michael Schiefer, da sind die beiden Läufer dick in Führung liegen. aus der Kurve kommen. So, jetzt schließen die Maps auf. Schauen wir mal, wenn die hier aus der Kurve kommen. Die 633 liegt an dritter Stelle. Das ist Hanna Müller von TSV Schmieden. Und Michael Schiefer, der nimmt mit Köpfen, der zieht hier an bei 200 Metern. Hat jetzt noch gut 100 Meter vor sich. Und das Ding lässt er sich nicht mehr nehmen, obwohl die Männer dahinter richtig Gas geben, richtig kämpfen. Dann hat er ein Stück Arbeit für den Trierer. Der Trierer rettet sich ins Ziel mit 253,97. Das ist Hanna Müller von TSV Schmieden. 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 Das ist Hanna Müller von TSV Schmieden.